lange nicht mehr gespielt, ein paar kohlen haben wir hier in Adolow, jetzt geht es los, jetzt haut er noch was raus hier. 10er, weg ist er. Auch nicht, da durchgehen können. Oh wei, oh wei, oh wei, na bitte, das ging fix, sehr schön, Action Games, macht er nicht, nehmt gleich die Kohlen, schön schön, 300. Da wandelt ihr unsere Action Games gleich um, ist ja eine Frechheit eh. So ein Lump du, kann er noch nicht machen. So, das ist nochmal so ein Teil. Lass kommen, nachlegen. Okay. 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 leider mag er nicht schöne 400 für die nächste stunde zum auszahlen die nehmen wir auch noch mit nach hause sehr schön und hier misst die raute na hallo der dem mulgt schon jetzt wenigstens fünf mal also wenn das nicht eindeutig war dann weiß ich auch nicht daneben so ein lump du kriegen wir sie noch mal ergattert hier los komm mach du bist doch mal entschuldig hier wird wohl eng werden und letzte chance auf bücher gibt keiner wie soll es auch anders sein und heute gehen wir uns mal eine runde hot dragon 80 cent da oben wollen wir hin los geht's den drachen können wir natürlich nicht im rauch naja davon brauchen wir ein paar mehr du nicht du lump na geil geht ja schon mal da toll los hier ja 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 weg ist er ja 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 weg ist er denn ja 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 Den braucht man natürlich nicht. Alles wieder kaputt, so 2€, 22€ haben wir noch, so es zieht durch. 22€ macht 16€. So ein Lump, da kriegen wir wohl den Turm nicht voll. Zwölf und immer weniger hier. Ah du, hat er gleich geschafft. Ja genau. Mann, Mann, Mann. Eier mal nix. Und hier gibt's mal ein Röntgen ausmähen. Neun. Noch ein. Das ist ja ermüdend. Weiter. Weiter. So klar. 21.10. Lump. Mal schauen, ob hier was zu holen ist. 2€. Oh. Ehen runter, Mensch. 32€. 32€. Wie auch sonst. Lüxchen. Uhhh. Wie ist das? 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. oh ja kopfschaut boah das ist ja knauserig doch da hat er keine lust oder geht gleich rund hier wahrscheinlich hat er keine lust hat er wirklich nicht so ein hamel doch nix nicht einmal mann doch und ein Ründchen Klon Bonus Sternchen sauber muss er nur noch kommen das wird was ja da macht er nicht voll ich war es nicht Alter wie geil ist das denn hammerhart 500 Glocken ha 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 Wahnsinn geil ja noch drei Pflaumen warum denn nicht so drei Freispiele die Uhr ist voll Päuschen